Jo Moin Leute hier ist euer Mr. Gunsson und mein Name ist Raphael willkommen zu einem weiteren Let's Level Let's Level ja ich glaube ich nenne es jetzt so ich glaube ich Level mit 30 in Ott ich habe hier vielleicht nur zwei Gruppen trotzdem weil wegen verzauberter Klinge bekomme ich ATP dazu und das ist einfach nur genial und bekannter so ein bisschen was ich glaube ich tue noch XP-Gring rein so XP-Gring rein und ähm ja bis dann bis zum Level Up Jo Jo Moin Leute hier ich bin wieder zurück und ja ich hab schon ne Kugel geschafft und fast 10% und es geht eigentlich relativ flott 5 Minuten level ich mich schon 9 Minuten level ich mich und hab schon 5% gemacht 40% das geht echt übel zu flott also mit mit Sura kann man sich echt einfach nur am geilsten sich leveln und es macht übel zu fahren ja ok mit Ding Speedbot und so ist auch einfacher hätte ich noch Ding ähm Charmibuff da wird es richtig locker gehen also dieser P-Buffs von Charmibuff und würde sogar ganzen Mob schaffen und ähm es gibt's nur noch zu sagen eigentlich nix stirb ähm ich lebe mich eigentlich erst mal auf 35 mach dann grad zum Pferde Quest davon werden auch noch Videos kommen wenn ich alle Pferde Quest mache und ja genau alle durch Punkt mal was lädst du mich in die einfach so ein ich weiß nicht die Leute und dann haben wir zu fangen hey es wird kommen so ich damit jo Leute wir kommen wieder zurück und ja ich hab was ist level 31 erreicht in 15 minuten glaube ich also habe ich 100% gemacht alles ey ganz ehrlich übel schnell wenn so weiter geht dann hat spiel ich übel zwar also spiel macht jetzt sogar schon übel zwar aber es geht wer noch ein Charmibuff oder so könnte mich warten das wäre echt nett und ja also das video ich lebe mich eigentlich nur bis 31 und beim nächsten video mache ich noch die Pferde Quest also die erste Pferde Quest kommt auch noch ein Video und ähm ja noch die Kinder mich level ab und ja es kommt noch die anderen Pferde Quest also bis da beziehen halt halt bis 10 da man schaut das euch dann gefällt oder nicht aber ich hab mir schon da wollen bestimmt heute schon für den kleinen Cut ja jemals gerade reingekommen und ja musste kurz video stoppen und wussten wir gerade stehen geblieben ja aber Pferde Quest wenn ich ein paar Videos machen also bis level 10 Pferde Quest und ich hoffe es wird euch gefallen die werden schon so pro am schluss werden sie schon so 10 minuten dauern so die dritte drei letzten hey verarschen ich müsste ich level abkommen hey verarschen stirb doch bam level up geht doch level up bin ich und schoss pack ja bei Angriff dann habe ich 26 auf Angriff und 80 auf MP MP und 40 Angriff mache ich noch bis 10 Stück hier und dann teile ich zwischen TP und Angriff und ja das war's jetzt auf dem Video und bis zum nächsten Mal ciao